Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Dead-Tag-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wüsste er sicher zu schätzen. Was ist denn hier los? Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Taz-Cars Kisten auf das Boot laden. Da sind ne Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Okay. Loll. Das ist ne Menge. Also erstmal alles ausschalten. Ich hab nur. zerstören Schmeiß das weg, ich hoffe nicht Ja Alter, ernsthaft? Soll das ein Spiel sein oder was? Ich höre dich nämlich nicht, Mann Ich höre dich nicht, Mann Oh, hier sind ganz schön viele. BAMS! Mann! Ist keiner von den Botnets? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Hhhhh. Ja, hier sind ganz viele Sch souris. Hm, die suchen mich auf jeden Fall nicht mehr. Den schnapp ich mir. Der ist grad so nah. Der ist grad so schön nah. Tschüssi. Komm schon. Damit hab ich schon so viel ausgeschaltet. Der hängt uns nicht ab. Es gibt eine feindliche Person in ihrem Raum. Fick dich du bist ein scheiß Bulle alter. Jetzt muss ich halt wieder von vorne machen. Was soll denn der Mist? Der Mist. Der Mist. Der Mist. Der Mist. Der Mist. Der Mist. Na super. Ihr seid solche F... Von vorne. Der Mist. Jedes. Der Mist. Der Mist. Daswert. Das war's. Die werden sauer sein. Kommen noch drei. Wie komme ich denn jetzt am besten rein? Hier durchs Wasser, oder nicht? So, ich betritte Speergebiet. Ist hier nichts mehr am Leben? Was sind da hinten alle? Ja. Vayan a buscar a ese hijo de puta. Ich ziehe dann ruhig erst mal ab. Mach das erst mal aus der Ferne. Dann mach ich das mal zu, damit man nicht auf dumme Gedanken kommt. So. Oh, die wissen nicht, was geschieht. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh, wie viel ich töten könnte. Ich hätte eigentlich durch eine Explosion... Alter, ich komme dann doch nie wieder raus, ey. Alter, ich komme hier. Ich habe mich auf keinen Weg zu, damit wir uns aufwachen. Ich habe mich auf keinen Weg zu, damit wir uns aufwachen. Das war nice, ne? Gib zu, das war nice. Wir haben einen Eindringling! Wir haben einen Eindringling! Beschütze die Ware! Wir haben einen Eindringling! Wir haben einen Eindringling! Wo kommen die denn her? Wir haben die Verdächtigen gewonnen. Alarm wegen eines glücklichen Kepälen in ihrer Nähe. Over. Der Verdächtigen schwimmt. Hey, wo ist er hin? Oh, scheiße. Warum jagt mich die Polizei? Was ist hier los? Wir sind vor Ort und suchen den Verdächtigen. Officer braucht Hilfe! Ein Krankenwagen sofort! Verdächtiger in Sicht, wir sehen ihn. Verdächtige aus der Sicht, suchen weiter. Wo versteckt sich der Kerl? Hat ihn jemand gesehen? Oh mein Gott, wie geht das denn aus? Zentrale, wir drehen um. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Verdächtiger in Sicht. Alter, was ist hier los? Ja, ist er. Echt jetzt, was ist? Immer mit der Ruhe. Es wurde eine feindliche Person in ihrem Bereich gemeldet. Alter! Klar kommen da die nächsten Bullen. No. No. Nein! Wie ist es gleich los? Nein! Luca ist der Sicherheit Tier Internet ... analysis ... Wir sehen die Verdächtigen! Den Verfolgung auf. Hier unten kurz zusammen kommen. Dann darkestБ Carson ... Er ist aufこの wants ... einen Polar ificación ... star lö去 .. Abkommen beurteème ... aj eh. ... Alter, was ist hier los? Los! Die Bullen vermasseln mir meinen Job! Verdächtiger gesichtet! Und jetzt bleibe ich hier! Zentrale! Wir sehen ihn! Verdächtiger in Reichweite! Nein! Ihr seht mich nicht! Ich warte jetzt bis hier keiner mich mehr sucht! Er kann nicht weit sein! Wir werden dich finden! Das war der Verdächtige! Alter, guck durch das Mann! Mann! Ja, verpiss dich scheiß Kopf! Genau! Komm ruhig näher! Ich glaube, ich bin momentan bei den Typen da drinnen sicher! Aber! Wo kommen diese scheiß Bullen her? Ja! Nein! Hä? Ach komm! Warum? Ernsthaft? Das Ding ist irgendwo drin! Die gesamte Kokainlieferung zerstört! Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Alter, die scheiß Bullen haben ja fast die ganze Mission vermasselt. Es gibt Berichte über eine gewalttätige Kriminelle. Und da tun sie es schon wieder. Cool. Oh, ohne das wäre ich so aufgeschmissen. Ich müsste schon weit genug weg sein. Ich bin auch immer noch in dem Gebiet. So, ich habe es geschafft. Mission. Ah. Jawohl. Weil ich die Waffe hatte, wahrscheinlich. Deswegen haben sie mich gejagt. So. Hey, die Tescas in diesem Video, die die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis Trevino, Tina Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Wir sind sowas von tot. So, ich hoffe, das ist so eine Mission, wo ich sie töten muss. Das wäre nice. Das kann ihr am besten töten. So, ich hoffe, ich habe es zu sehen. So, holen wir mal an. Ist ja auch nicht mal weit. Juhu! Nehmen wir das Fahrzeug, dann fliege ich nicht mehr so. Aber ich finde diese Granaten... Und, äh... Also ich muss die töten, weil sonst wachen die mal wieder auf. Du darfst das Tier mal wieder aufwachen. Dass die nicht schlafen bleiben. Bis jemand sie weckt. Sondern die wachen doch so wieder auf. Das ist doof. So, jetzt geht's denen an den Kragen.